Ja, okay. Dann werden wir in der nördlichen Schatzkammer auch eine Sterntruhe auslassen. So wie in der südlichen. Das heißt, in der mittleren können wir alle Truhen plündern. Äh, so wollte ich das nicht. Also, Mondmünze. Sternmünze. Kann geöffnet werden. Eine Schütze ist da drin. Wo hat er Nordhelm? Meistersäbel. Nächste Truhe braucht Sonne und Sternen. Also eine Sonnenmünze und eine Sternmünze. Da ist die Sternmünze, die wir brauchen. Kriegerstahlhelm. Neonhalte Rüstung und eine Fokusrupe. Mhm. Hier brauchen wir eine Sonne und einen Stern. Also werfen wir das ein. Und ich lese den Text nicht jedes Mal vor, weil es derselbe. Kriegerinnen. Äh, ohne. Ist gar nicht mal so schlecht. Eine Sonnenmünze als Ersatz. Ring der Gnade ist toll. Und Zweischlag. Gut. Sonne und Mond. Hier. Kämpferin Joni. Ist auch nicht schlecht. Edelholzbogen. Eine Mondmünze und ein Eisband. Okay. Das heißt, wir gehen zur oberen Schatzkammer. Checken mal, wie viele Münzen haben wir noch. Genug. Wir brauchen noch zwei Sonnenmünzen. Ja. Eins, zwei, drei Mondmünzen. Davon haben wir mehr als genug. Und ja, zwei Sternenmünzen. Wir fangen hier an und die da müssen wir auslassen. Mond und Stern. Ja, Mondmünze. Und eine Sternenmünze. Gut, hier haben wir Drachenmaul. Keine schlechte Waffe. Lichtbringer für weiße Magie. Hexenmeisterring. Und ein Zeichen des äußeren Zirkels. Mond und Stern hier. Rüstung des Elite-Schützen. Für Set. Ja. Brigantenhelm. Ist okay. Robe der finsteren Stunden. Und eine Samt. Okay. Die ist da wohl. Die ist hoffentlich viel wert. So. Das hier muss die, genau. Fünf Totenschädel in das Holz geschnitzt. Also werfen wir... Fünf Totenschädel-Münzen ein. So. Da ist dann noch unsere Schützin drin. Die nachher das Set kriegt vor allem Dingen. Elite-Beinpanzer. Die sind nicht schlecht. Eisenstern. Stichwaffe. Erzmagierstab. Probe des Pestlords. Also die hat... Die kann diese Elite-Rüstung. Die wir hier hinten haben. Äh. Wo ist sie denn? Die da. Kann sie tragen. Auf jeden Fall. Also das ist die Rüstung. Das ist der Helm dazu. Und das sind die Beinpanzer. Oh ja, die Paladin-Beinlinge. Die kann ich gleich mal anziehen. Auch wenn das ziemlich seltsam aussieht. Aber ja, ganz ehrlich. Ich müsste wirklich... Ich muss umdisponieren. Definitiv. Weil... Die Adamantium-Rüstung, die ist... Sowas von... krass stark. Das heißt, ich muss das auf 11 bringen. Also hier drei Punkte rein. Hier vier Punkte. Drei Punkte. Vier Punkte. Hier zwei Punkte sind... Ich muss... Alles hier oben reinpacken. Näh. Ärgerlich. Aber das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Ring der Gnade. Äh, ja. Gut. Darüber machen wir uns dann Gedanken. Also ich... muss wirklich erstmal gucken, dass ich... mich hier oben booste. Dass ich diese Rüstung tragen kann. Äh... Dich müssen wir überspringen, weil wir haben keine Sternenmünzen mehr. Ja, Sonnen und Stern. Dich können wir aber noch nehmen. Ja. Die Sonnenmünze. Und die Brundmünze. So, der Eisklinge. Gildenring. Und auch mehr Paladin-Beindlinge. Und ein schwarzer Talar. So. Und dann können wir ordnen. Und auch hier ordnen. So. Jetzt wird's halt interessant werden. Weil ich müsste ein Teil meiner Leute umdisponieren. Also... Also... Sie durch die Schützin tauschen. Meinen eisernen Soldanen tausche ich durch... Ist jetzt die Frage, durch ihn oder ihn? Auf jeden Fall kann ich die Hexe tauschen. Nehme ich den Mentalist. Äh, nicht den Mentalist. Nehme ich mal den Krieger. Beziehungsweise die Kriegerin. Wobei wir hier eigentlich da den Tank haben. Gut. Jetzt hab ich nackte Frauen. Ich hab jetzt einen Haufen Damen. Du bist Kämpferin. Das heißt, du kriegst... Ja, sowas hier. Und... Sowas hier. Warum nicht? Panzer der Kartei. Ja, ist besser. Ein paar Harddäder-Beinlinge. Die da sind ein Witz. Die sind hoffentlich gut zu verkaufen. Den Helm aus Elfenstahl kriegst du noch. Und ringmäßig, ja. Glutband kann nie schaden. Und einen Katzenring, so. Schützin. Da arbeiten wir uns von hinten. Einen Mondstein. Und... Nicht den Glücksbringer. Haben wir hier weiter vorne was Gescheites? Nein. Da kriegst du den Indizierten rings so. Helmmäßig... Hab ich hier doch was gesehen. Helm der Kartei. Kriegst du? Großenmäßig... Großenmäßig... Auf... Harddäder-Beinpanzer. Genauso wie du den hier kriegst. So. Du kannst Bogen und Armbrust auf 8. Dann weißt du, dann kriegst du den... Kriegst du Ahrens Zorn halt. Genauso wie unsere Elfen vor dir. Und waffenmäßig... Äh... Da-da-da... Da du Nekomantik kannst, kriegst du so eine Kugel halt in die Hand. So. Das wär's du. So. So. Let's do. Hier. Beliebige Magie-Art 10. Das ist toll. Das heißt, du kriegst auch... Ah. Tod-Nekromantie-Fluch. Nee, komm, kriegst du so ein Schild. Fokus-Rome. Alle Schadenszauber verursachen doppelten Schaden. Haben wir dafür auch den passenden Helm. Leider nicht. Gibt's halt die Obsidianen-Maske des Erzmagiers. Auch wenn sie seltsam aussieht. Einen Ring des Erzmagiers und ein Ring des Hexenmeisters. Ja. Passt. So. Und wir haben sehr viel Zeug zum Verkaufen später. Aber ja, gut. Dann entschuldige ich mich noch mal kurz für das Standbild und das Reintappen. Zwei von den Dinger krieg ich noch hier. Ah ja, bei Westenal auf jeden Fall. Und bei Knoblin, der auch hier irgendwo rumwuselt. Und ja, übrigens, das war der ganze Zauber, was die Schatzkammer von Shadun angeht. So, du hast so einen. Den hätte ich gerne. Danke. Und jetzt muss ich noch Knoblin wiederfinden. Da ist Craig. Da ist Euch Nie 真的. Da ist die Schatzkammer. Vielen Dank.